20. Minute, wunderschönes Tor. Kurz zuvor hat auch Prolin hier 2-2-Känse gewonnen und dann der schöne Past Vanderson, der das Tor wirklich traumhaft gemacht hat. Weltklasse Tor. Ja, war ein sehr schönes Tor. Eigentlich fast ein brasilianisches Tor. Ja, kann man sagen, ja. Ja, das Nachmittagsspiel, das Sie ebenfalls bei uns verfolgt haben, war Italien, Mexiko. ...über Schwarz und Ljung auf Henrik Larsson. Endstation, diesmal Ravelli. Der erste sehenswerte Auftritt des bisherigen WM-Stars Romario, erst nach einer guten halben Stunde. Typisch viel den Spielverlauf bis dahin, ein Schuss aus der zweiten Reihe, da der schwedische Abwehr-Boldag bis zu diesem Zeitpunkt allen Kombinationen der Brasilianer standhat. Und dann fast noch der zweite Treffer für die Schweden durch Patrick Andersen, kurz vor der Pause. Das waren die Höhepunkte der Delling-Mitte.